Das ist sehr interessant, mal darüber nachzudenken, was für einen selbst ein Herzenswunsch ist. Das ist mal die erste Voraussetzung, sich selbst zu ergründen, wovon man wirklich träumt. Da werden Sie erstaunt sein, was es oft für klitzekleinigkeiten sind, die Sie brauchen, dass Sie rundum glücklich sind. Überlegen Sie das mal, denn das sind Herzenswünsche. Und das können ganz banale Dinge sein, wie, ich sage jetzt mal, das Lieblingsessen, das Sie einfach gerne mögen oder der Lieblingskuchen oder irgend sowas. Aber vor allem eine innere Einstellung dazu, was man braucht, dass einem noch zum Glück fehlt. Ja, und die kleinen Engelchen da oben, die versuchen, die Herzenswünsche zu erfüllen. Und das ist wichtig. Die sind ganz wichtig. Und Leute wie Dostoevsky oder Oscar Wilde so einen Mist von sich geben, es tut mir leid, das ist nicht richtig. Ich weiß auch nicht, warum diese Menschen so verehrt werden, aber okay. Und vielleicht auch sehr zynisch. Zu zynisch manchmal. Und vielleicht auch auf die falschen Dinge geachtet. Da muss man auch mal gucken. Und wenn Sie Ihre eigenen Herzenswünsche mal ergründet haben, und das kann lange dauern, das werden Sie merken, da muss man echt drüber nachdenken, was man wirklich sich von Herzen wünscht. Von Herzen wünscht. Herzenswunsch. Dann muss man auch mal so überlegen, was jemand anderes sich wünscht von Herzen. Und dann ist es auch, reih um allen anderen ein tiefes Bedürfnis zu helfen, dass jemand anderer einen Herd mindestens einen oder ständig immer wieder lauter Herzenswünsche erfüllt bekommt. So funktioniert das. Und deswegen wieder mal bei Die Collagen Ostdeutsche Galerie Regensburg, kann ich nur empfehlen. Alles ist mit allem verbunden. Guten Abend.